Wir haben heute das erste Mal, dass wir eine kleine Spendenreihe in hohen Stücken machen. Wir unterstützen hier zwar schon seit vielen Jahren Einrichtungen, aber diesmal ist es wirklich so, dass wir vier Einrichtungen hintereinander zur etwa gleichen Zeit mit Spenden bedenken wollen. Ja, da steckt dahinter, dass wir tatsächlich von mehreren Fördervereinen angesprochen worden sind, hier aus hohen Stücken, ob die BWG für die Arbeit etwas dazugeben kann zu ganz unterschiedlichen Zwecken. Der Schechse dafür verwendet werden, dass der Schulhof, der jetzt im Moment noch ein bisschen trostlos aussieht, verschönert wird. Einer ist mit Spielmöglichkeiten, aber auch insbesondere Sitzmöglichkeiten. Wir hatten eine Umfrage unter den Schülern gemacht, was sie sich wünschten und am meisten wurde sich gewünscht, eben einen schöneren Schulhof und insbesondere fehlen ihm Sitz- und Spielmöglichkeiten in der Pause.